Ich komme raus und höre nur irgendwas rumschreiben. Beste Leben. Ja, hier ist der... Ach, du Scheiße! Calvin, sag mir, dass du die Bude fertig hast. What? Keine Ahnung. Wir brauchen Stücke. Ja, rutscht alle an mir vorbei. Ich habe keine Anzeige mehr für den Bude. Entweder hat der das... Ja, okay. Hier ist ja mehr los als alles andere. Guck mal hier. Das ist die Maske. Dört ich das? Wirst du ja sehen, ich sehe nichts mehr. Kevin. Der war doch hier irgendwo, ne? Alter, Knochenrüstung an. Kevin, hast du die Bude fertig gebaut? Hier ist alles eingefroren. Ja, warum bist du so sauer auf mich? Der ist kein Kandidat, oder? Der ist ein normaler Mensch. Hey, 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 hey. Guck mal, was ist hier eigentlich los? Ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Feuerfleisch. Feuerfleisch. Der Baum ist ab. Kevin, ich habe dich doch nur ein paar Minuten allein gelassen. Zum Glück gar nicht gruseliger, die Stimmung dadurch. Ja, oi! The fuck habe ich dir getan. Hier ist es kalt, du bist nass. Kevin! Wie geht's? So. Ich brauche mal Licht. Erstmal hier eine Plane ausbreiten irgendwo. Wo kann ich hier? Okay. So. So, ich bin der Scheiß-Junge. Sie haben sie, haben sie, haben sie, haben sie, haben sie. Ah, 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 einsam, 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 einsam. Nicht gesehen, ich habe auch eurem Stammführer getötet. Meins ist, er ist ja langsam hell. Oh, sieht schön aus. Du auch, oder was? Ah, das ist der Stammführer mit Knochenrüstung. Ja, brennen, Junge. Viel Spaß. Wird heiß. Guck mal her. Ah. Ah. Wir können doch cool miteinander sein. Da gebe dich. Ich bin der Mann mit der roten Maske. Kann ich ihm die geben? Auch nicht. What? So, dann will ich mal einer erklären, was hier los ist in dem Spiel, Alter. Das tut mir leid mit deinen Freunden, ne? Aber das habt ihr euch selbst durchzuschreiben, nicht? Das war ich nicht. Das ist ja nicht. Ach, nee. Hier ist was los. Noch, äh, war mal Anziehsachen oder so kriegen, Leute. Da oben ist halt auch noch ein Punkt zum Entrusten. Ich glaube, da könnten wir mal hingehen, ne? Im Prinzip, ja. Ihr Bruder hat ja nicht so funktioniert, Calvin. Hast bestimmt selber abgebaut, ne? Fivehead. Ja, Junge. Was sagt denn die hierzu, hä? Das juckt den gar nicht. Juckt dich das? Äh, juckt die auch nicht. Ja, äh, äh. Juckt die auch nicht. Oh, die haben hier ein Camp. Ja, her damit. Ich hab mein ganz... Ganzes Zelt abgebaut. Ja, habt ihr davon. Holy moly, Alter, hast du mich gerade erschreckt. Oh, da, äh, äh, äh. Tja. Hast du das gesehen, Junge? Ja, lauf, besser weg. Gemälde, Munition. Alter, guck mal, er hat sogar mit sich hier Anziehsachen. So. Sieht ganz schön warm aus, was du da anhast. Der Knochenmann wieder. Holy. So, das war seine Husten, die er zerfallen ist. Ich beende es. Hast du gesehen, Junge? Jetzt hat sie keinen Grund mehr zu heulen. Ja, hab ich mir gedacht. Deum! Hä? Jetzt, diesmal hab ich kein Mitleid mehr. So. Bin hier hingekommen und bin in Frieden und hab mir nur ein paar Sachen mitgenommen. Der Tod war eure Entscheidung. Hab nicht mal gesehen, dass das ein Camp ist. Das war ja nicht mal absichtlich. Hier ist wieder so ein Heini. Der fuck ist das? Der rote Mann. Bin ich willkommen? What the fuck? Hallo, ich bin auch rot. Der juckt den gar nicht, ne? Ist der Cannibale oder ist der einfach nur so ein Pleb? Die haben sogar Mucke am Stütze. Ah ja, du Arschloch. Habt ihr Angst vor Kreuzen? Ja, der hat einen Kreuz. Oh, nee. Schau einfach schnell und... Ey, ey. Ich nehm nur das Nötigste. Alles. Kann eure Sachen nicht kaputt machen. Schauce halt. Ey, guck mal her. So richtig. Ich glaub, ich sollte lieber nicht hier sein. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Hey, hey, hey. Was ist das denn? Ist doch ein bisschen grün. What? Aber hier lau... Wenn ich hier durchlaufe, ist hier Schnee. Magie. Ah, aliens. Aha. Ich will mal was wissen. Stört den da, wenn ich den in den Kopf schieße. Im Roten, meine ich. Nicht den Kleinen da. Kollege. Das stört den. Aua. Hallo, ich wollte mit dem ankommen. So, weg mit deinem Kopf. Noch jemand? Ja, du auch. Tschüss. Warte, der sitzt ja aber windig. Was macht der da? Wird's nicht starten? Gebt nichts, du bestanden. Nein, bitte nicht. Tut mir sehr leid. Tut's nicht. Kein Mitgefühl. Oh, ich. Mein Mitgefühl ist jetzt Schluss. Guck mal, er macht auch Abwehren. Willst du mich kopieren oder was? Klatsch. Zack, her damit. Noch mehr? Sido. Es ist Sido. Alter, ich hab guten Damage bekommen. So, weg. Eben hierhin hab ich noch Rüstung. Ne. Was ist der Rote denn hier für ein Heini? Ja, da bin ich, der König hier. Ah, 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 ah. Das ganze Dorf dezimiert. Die Sachen, die mal in den Boden gehen, das ist absolut nervig, ne? Absolut nervig. Guck mal, die haben hier sogar mit. So kleinen Bonsen, äh, Bonsen. So ein Onsen, mein ich. Das ist ne Landebahn, oder? Hier war Ö drin. Boom, bang. Ich hab schon gesehen, wie ich explodiert und tot bin. Beim Thema Tod. Ich mach da mal eben. Das ist ne Eichhörnchen. Speichern. Sehr wichtig. Tau mal denn hier, Geld. Ist das das Flugzeug von dem Millionär? Polo-Spring-Boschüre und CDs. Oder von dem Milliardär? Ne Lederjacke. Nicht euer scheint ernst, oder? Find ich schon wieder ne Lederjacke. Aber das könnte das sein, oder? Das abgestürzte Flugzeug von dem Milliardär, den wir suchen. Findet ihr auch wieder voll die Müsli-Regel, ne? Putze ich mir mal zwei rein. Oder Energie-Regel, wie auch immer man die nennen möchte. So, Pläne hab ich mir auch rein. Kann man auch nicht genug Intus haben. Aber hier steht ja nichts drauf, ne? F8138 Die CDs kann ich auch nicht mitnehmen. Jungs, hier ist doch ne Jacke an. Ja, reicht. Mach hier keine halben Sachen mehr. Was ist das? Papierzielscheibe. Interessant. Kevin! Hast du das auch geschafft? Ich sag dir mal, der soll mir folgen. Kann ich ihm sagen, der soll das anziehen? Hohle, Stöcke, Steine, Baue, Feuer, Unterschlupf. Ne, bleibe hier. Nimm Gegenstand. Kann ich ihm irgendwas geben? Nur die... Ah, warte mal. Pass auf. Ich geb ihm die Lederjacke. Raus hier. Nein, Kevin, bleib hier. Lauf nicht weg. Nimm Gegenstand. Haha, let's go, Digger. Guck mal da. Er frisst. Geil, siehst du aus, Kevin. Hab ich nur eine? Wo ist denn jetzt die Lederjacke hier hin? Das ist gerne, wenn ich träume, oder? Jetzt ist meine Lederjacke weg und die, die hier lag. Oder hab ich die an? Ne, ich hab ne taktische Jacke an. Ne taktische. Ach, ist das alles traurig? Keine Ahnung. Junge, kannst du mir aber nicht deinen Arsch hinhalten? Ich brauch deinen Kopf. Drei, zwei, eins. Lass mein Essen in Ruhe. Piss doch hier. Piss mich ja. Ja, ich back rum. Ja, holy Jesus Christ. Hä? Verpiss dich, hab ich gesagt. Tierhaut. Let's go. Und ganz viel Fleisch. Mann, ihr seid wirklich absolut nervig. Ihr ganz kleinen Pisser. Was ist das? Ja, ich bin gleich tot, weil die alle in den scheiß Gebüschen rumlaufen, laufen, die ich nicht richtig sehe. So, hier ist wahrscheinlich die Höhle, ne? Hier rein. Die Frage ist, will ich da rein? Ja. Wie viel Batterien hab ich denn überhaupt noch genug? Ah ja. Na, das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Mein Freund, du hast, du hast einen coolen Tod gehabt, Kappa. Warum, Kappa? Keine Ahnung, wie er gestorben ist, wenn er nur hier im Stuhl sitzt. Aber wenn's mal bei mir so weit ist, würde das genauso aussehen. Wait, what? Das ist die Höhle? Was ist das? Da seh ich was? Tauchen kann ich ja auch nicht. Okay. Das ging schnell. Mit der Höhle. Weird. Gehen wir mal zu der Höhle da oben. Ich glaub, ich geh von oben lang. Von hier. Kevin, mein Freund. Gut sieht's ja aus. Steht dir der Aufzug? Fresh, wie man das sagen würde. Ich hab keine Ahnung, wie man da in der Höhle sein soll. Vielleicht braucht man auch Dynamit oder so, um den Weg freizuspringen. Bin ich mal gespannt, ob wir hier weit kommen. Ja, die sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer aus. Seile, Konserven. Krieg ich konserven? Krieg ich da nur Katzenfutter draus? Aber was bringt mir Katzenfutter? Die heilige Bibel. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Hier war also auch so eine Sekte unterwegs. So eine Verschwörungssekte, wie auch immer. Die waren nämlich schon überall bei dem ersten Teil. Die Bibeln bei den Sekten-Heinis. Jetzt drängen wir mal tiefer ein. Oder auch nicht. Hier geht's wieder raus. Was haben wir denn hier? Ein Schlitten. Oder so ein Hundeschlitten ist das da, oder? Oh, hier ist doch ein Zelt. Signalfackeln. Könnte ich mich hier pendeln? Nee, ne? Uhr. Mal zu essen. Oder trinken. Essen. Ja, so viel Stuff der hier legt. Und ich kann mich nicht pendeln, nix. Aber hier oben zu bauen, wäre doch schon... Das ist die Sonne, ne? Die untergeht, ja. Wie gruselig das aussieht. Leck mich am Arsch. Hier mal die Plane. Kann ich hier hinlegen? Ja. Okay, ich dachte schon, Alter. Ja, Calvin, Alter. Ich bin pennen. Stimmt hier an, dir, Bruder. Trinken. Hätte aber gut lange das Wasser, ne? Kevin, bitte zünd dich nicht auch noch an Guck gerade, ich seh aber auch nichts, ne? Hm Hab ich noch Ah, verrottet, perfekt Ich glaub, ich sollte das Essen mal drauflegen und dann sofort essen Ich seh, dann lege ich zwei Dinger drauf Hier rein Oh Ah, das ist auch keine richtige Höhle So, schnell wieder die Fackel ausrüsten, bevor mir kalt wird Stoff Konserven Seile Stoff Aber sonst auch gar nichts, ne? Also ich kann nicht mal den Helm aufheben Weird, richtig weird Wie weit hoch komm ich denn eigentlich hier? Laut dem Pfad hier sehr weit hoch Ei, 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 ei Auf die Spitze wär auch geil, ne? Ich würd ja auf die Spitze gerne bauen, das wär auch sick Aber immer Materialien hochschleppen GG, Alter, in zwei Jahren noch nicht fertig Tschüss 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 Vielen Dank.